Was ist der größte Fehler, den man selbst bei einer Liebesbeziehung begehen kann, insbesondere dann, wenn man händeringend auf der Suche nach einem stabilen Verhältnis ist? Und welcher vor allem von denen begangen wird, welche sich mit Beziehungen immer wieder schwer tun, zum Beispiel, weil sie wiederholt Illoyalität oder sogar Betrug durch ihren Partner erfahren. Über diesen größten Fehler, welchen du unbedingt vermeiden solltest und welchen du auch vermeiden kannst, wenn du dir dieses Video ganz bis zum Ende anschaust, sprechen wir in diesem Video. Und dabei wird es dich überraschen, dass dieser größte Fehler genau der Fehler ist, welcher von vielen Dating-Coaches oder Paartherapeuten als eine valide Methode angepriesen wird, wie man eine gute Beziehung zu führen hätte. Warum genau diese Dating-Coaches und Paartherapeuten häufig diesen fatalen Fehler euch als Methode anempfehlen? Auch darüber sprechen wir noch am Ende in diesem Video. Ja, lieber Mann im Video, was ist denn jetzt aber dieser Fehler? Hör auf mit deiner langen Vorrede und komm endlich zum Punkt. Na gut, dieser Fehler ist es, zu versuchen, seine Partnerschaft darüber zu stabilisieren, dass man sich in der Beziehung rar macht und zu versuchen, dadurch attraktiver, anziehender auf seinen Beziehungspartner zu wirken. Eventuell, weil man glaubt, dass man dadurch auch das Feuer der Erotik und der sexuellen Anziehung weiter anfachen könne, weil man immer das begehren würde, was man nicht endgültig letztendlich im vollen Umfang haben könnte. Nochmal, der größte Fehler ist es, nicht vollumfänglich, sich an seinen Partner zu verschenken und sich immer so ein bisschen rat zu machen. Wie gesagt, das ist eine Methode, die ja von Flirt-Coaches und Paartherapeuten immer wieder empfohlen wird. Warum ist das so ein großer Fehler? Was ist das Problem daran? Nun, ich räume natürlich ein, dass, wenn man immer für den Partner verfügbar ist, dass natürlich die erotische Anziehung, welche in einer Beziehung bestehen kann, durchaus mehr oder weniger zum Erliegen bringen kann. Es ist aber zumindest nicht dazu geeignet, ist das Feuer der sexuellen Anziehung weiter anzufachen. Allerdings ist es in Beziehungen immer so, dass wir uns entscheiden müssen, ob wir eine Beziehung auf einer sehr innigen, freundschaftlichen Ebene der Liebe führen wollen oder eben, ob wir das Gewicht in unseren Beziehungen eher auf die sexuelle Anziehung legen wollen. Viele von euch, die jetzt dieses Video schauen, werden mir zustimmen, dass man meistens, in fast allen Fällen, nur das eine haben kann und das andere dabei auf der Strecke bleibt. Das heißt, Beziehungen, die auf der freundschaftlichen Ebene sehr gut funktionieren und wir sprechen hier natürlich von freundschaftlicher Liebe, bei denen ist häufig die Sexualität nur wenig ausgeprägt. Auf der anderen Seite sind die Beziehungen, die so eine krasse sexuelle Anziehung die Partner füreinander empfinden, häufig relativ schwach auf der freundschaftlichen Ebene. Das heißt, da kommt es zu viel Streit, da kommt es zu viel Zickereien, sage ich einmal. Ja, da kommt es auch immer und immer wieder zu Verwürfnissen bis hin zu einem völligen On-Off-Verhalten in der Beziehung. Und hier muss man sich eben entscheiden. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Natürlich haben viele von uns das Ideal, dass wir insbesondere in der Liebesbeziehung auch eine sehr rege Sexualität haben und wir denken uns, naja gut, wenn wir eine Partnerschaft haben, wo die Sexualität zu 100% rund läuft, dann habe ich doch schon fast alles gewonnen. Und dafür nehme ich auch den ein oder anderen Streit mit meinem Partner in Kauf. Das große Problem ist natürlich, dass wir dadurch erstens nie eine wirkliche emotionale Heimat in unserer Beziehung finden werden. Eine Sache, die für die allermeisten da draußen ein großes Problem darstellt, auch wenn wir versuchen, uns das, ja, uns selber einreden, dass uns das nicht so stören würde, weil wir aufgrund schlechter Erfahrungen mit Beziehungen in der Vergangenheit sowieso nicht mehr daran glauben. Zweitens ist es so, dass diese permanente Begierde, welche wir für eine dauerhafte, hohe, eine dauerhafte, hohe Sexualität in der Beziehung benötigen, ja auch irgendwo einen Charakter von Unersättlichkeit bekommen kann und uns deswegen final eventuell auch nie wirklich befriedigen wird. Wir befinden uns in einem ständigen Zustand der sexuellen Aufgekratztheit. Und der dritte und wahrscheinlich entscheidendste Punkt ist der, dass die Beziehungen, welche die Gewichtung sehr stark auf Sexualität gelegt haben und bei denen eben die freundschaftliche Ebene der Liebe der Beziehung nur schwach ausgeprägt ist, dass es gerade in diesen Beziehungen immer wieder auch zu Fremd gehen oder sogar zum warmen Wechsel. Das heißt, sobald irgendwo ein neuer, ein Häkchen besserer Partner verfügbar ist, wird der alte Partner, das bist im Zweifelsfall du, über Bord geworfen und verlassen. Das ist mehr oder weniger das unvermeidliche Schicksal solcher Beziehungen, weil ja eben die sexuelle Begierde fokussiert, angepeilt wird, sehr stark besteht und gleichzeitig der eigentliche Kitt auf der emotionalen Ebene, nämlich die freundschaftliche Form der Liebe, ganz besonders schwach in der aktuellen Beziehung ausgeprägt ist. Und deswegen ist es natürlich auch sehr schnell getan, eben diesen Partner, bei dem die freundschaftliche Ebene der Beziehung sehr marode ist, mal eben schnell zu betrügen oder zu verlassen. Das müssen wir uns klar machen. Und deswegen erleben viele Menschen, die solche Art schlechte Erfahrungen mit einer Beziehung machen, dass sie immer wieder betrogen werden, dass man ihnen illoyal gegenüber ist oder dass sie verlassen werden, wenn sie versuchen, sich rar zu machen und somit den Partner auf sich selber zu fixieren, nach den gängigen Ratschlägen von Dating-Coaches, Pick-up-Artists und Paartherapeuten, die man insbesondere auf YouTube hört, eben, dass dieser Zustand, anstatt sich zu verbessern, immer nur schlimmer wird, dass es in den Beziehungen immer wilder wird, dass die Enttäuschungen größer werden, dass das On-Off-Verhalten zunimmt, anstatt abzunehmen. Deswegen, das ist meine Empfehlung, sollte man nicht versuchen, eine Beziehung darüber zu stabilisieren, dass man sich selber rar macht, auf Kosten der freundschaftlichen Ebene. Es ist tatsächlich so, dass wir aus der gesicherten Psychologie wissen, dass es verschiedene Bindungstypen unter uns Menschen gibt. Ganz grob gesagt kennen wir in der Psychologie drei Typen. Das sind sicher gebundene Menschen, ca. 30-40% aller Menschen in der Gesellschaft. Unsicher gebundene Menschen, nochmal in etwa genauso viel, und sehr unsicher gebundene Menschen, welche zu stabilen Beziehungen praktisch gar nicht in der Lage sind. Und dieses sehr unsichere Bindungsmuster steht auch in deutlichem Zusammenhang mit verschiedenen Persönlichkeitsstörungen. Ja, und wenn wir zu den Menschen gehören, welche in Beziehungen immer wieder Unsicherheiten erleben, dann haben wir selber in aller Regel, das trifft auch auf mich zu, beziehungsweise traf in meiner Vergangenheit auf mich zu, ich konnte diesen Zustand, Gott sei Dank, im Laufe vieler Jahrzehnte überwinden und führe heute eine sehr stabile Partnerschaft, dann haben wir selber ein solches unsicheres Bindungsmuster und fixieren und lassen uns auch immer wieder auf Partner ein, die eben unsicher mit uns verbunden sind. Und nur aus dieser Unsicherheit heraus haben wir überhaupt ja diese Angst oder diese Furcht oder diese Notwendigkeit, immer wieder enttäuscht zu werden und den Glauben hier präventiv tätig werden zu müssen. Das ist hier an dieser Stelle ganz, ganz wichtig zu verstehen. Das wirkliche Beziehungs-Nirvana, das, was wir uns in aller Regel eigentlich wünschen, wovon jeder Jugendliche träumt, wenn er sich das erste Mal verliebt, diese sichere, tiefe, freundschaftliche Liebe zu einem Zweiten, das ist das, was dem sicheren Bindungsmuster entspräche. Denn nur Menschen, die sicher miteinander gebunden sind, können eben eine solche Form der Beziehung entwickeln. Nämlich eine Beziehung, wo beide Partner nicht ständig die Angst haben, den anderen zu verlieren. Das heißt, sich nicht in einem ständigen Zustand der inneren Unruhe zu befinden, endlich mal auschillen zu können und gleichzeitig auch so sicher in sich gefestigt zu sein, zu dem Partner, den man hat, vollends zu stehen. Und auch nicht selber, gleich Lucky Luke, der ständig den Finger am Abzug hat, in einer Beziehung aus der Angst, enttäuscht zu werden, schnell als erster zu ziehen und zu schießen, eben, ja, auch einfach zu seinem Partner steht und sagt, das ist jetzt der von mir ausgewählte Partner und da mache ich auch gar keinen Hickhack und ich schaue auch selber nicht ständig, wo kann ich mir einen Notausgang für die Beziehung oder potenzielle Ersatzpartner schon mal warm halten, etc., etc., ja, das ist ganz wichtig, das ist das sichere Bindungsmuster und dieses sichere Bindungsmuster geht eben nicht, Ausrufungszeichen nicht, damit einher, dass einer von beiden aus den eben genannten Gründen, es schließt sich einfach aus, ständig versucht, sich rar zu machen und das eventuell auch noch auf eine affektierte, künstliche Art und Weise. Deswegen ist dieses, mach dich rar und der andere wird dich begehren und dadurch kannst du versuchen, deinen Partner bei dir zu behalten, schlicht und ergreifend der größte Fehler, den man machen kann, wenn man immer wieder in Beziehungen enttäuscht wird und leider, und hier kommen wir zu meiner Kritik, an vielen, das muss man ganz klar sagen, Flirtcoaches, Pickup-Artists, Paartherapeuten, insbesondere auch auf YouTube und auf Social Media, die diesen Tipp geben. Das ist wirklich ein ganz schlechter Tipp. Man muss sich jetzt natürlich fragen, sind diese Leute nicht absolute Experten, was Dating anbelangt? Warum sollten gerade diese Leute mir schlechte Ratschläge geben? Die sind doch selber auch sehr erfolgreich, zumindest sagen sie das auf YouTube. Die Frage ist aber, erfolgreich in was? Ja, sie sind erfolgreich darin, immer wieder Frauen oder Männer, meistens sind es Frauen aufzureißen, zu daten, ja, Pickup zu betreiben, Frauen ins Bett zu bekommen, selbst Affären zu führen, etc., etc. Das ist ja auch das Geschäft, was diese Flirtcoaches, Datingcoaches betreiben und verkaufen. Aber Dating, Dating ist ein Zustand, ja, der vor dem Zustand der stabilen Beziehung, in der man sich wirklich füreinander entschieden hat und auch beieinander bleibt, liegt. Das heißt, diese Menschen sind Experten darum, Experten darin, immer wieder neue Partner, sage ich einmal, ranzuziehen, zu verkonsumieren und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, auch immer wieder zu verlieren, was ja überhaupt erst, dass den Zustand eines neuerlichen Datings notwendig macht. Diese Dating- und Pickup-Coaches, Artists, Paartherapeuten, möchte ich ein bisschen ausklammern, da gibt es natürlich große Unterschiede, das ist ganz wichtig hier zu betonen, das ist hier kein generelles Bashing anderer YouTuber, Artists, whatever, deswegen auch keine Namensnennung von mir, nichts dergleichen. Mir geht es schlicht und ergreifend um die falsche Methode, die zumindestens im Rahmen oder Kontext dieses Videos nicht das Ziel bedient, die stabile Beziehung zu führen, nährt. Diese Pickup-Artists und Flirtcoaches sind ja in aller Regel selber nicht in einer stabilen Beziehung und frönen ja selbst dem ständigen Daten und Aufreißen. Diese Flirtcoaches, das müssen wir uns jetzt ja auch einmal ganz, ganz kritisch fragen, warum wird man denn Flirtcoach? Weil man irgendwann im Alter von 13 oder 14 mit seiner Jugendliebes zusammengekommen ist und ein Leben lang zusammengeblieben ist, dann wird man mit Sicherheit kein Flirtcoach. Nein, Flirtcoach wird man dann, wenn man eben selber die gleichen Frustrationen und schlechten Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht oder auch mit dem gleichen Geschlecht, je nachdem, welche Präferenzen man da hat, gesammelt hat und als ein Quick-Fix man für sich die Lösung entwickelt hat, anstatt eben die gesicherte Beziehung anzustreben, bei der man selber vielleicht das Gefühl hat, sie nie erreichen zu können, eben auf den ständigen Konsum und Verschleiß neuer Sexualpartner sich zu spezialisieren. Und diese Methode, da will ich gar nicht sagen, dass es nicht so ist, auch zu perfektionieren. Punkt. Ich frage mich aber immer und auch ich habe ja solche Phasen im Laufe meines Lebens durchgemacht, in meiner Jugendzeit, in meinen 20er Jahren, ob nicht auch diese Dating-Coaches oder ob nicht die meisten Leute, die es perfektioniert haben, das andere Geschlecht zu verkonsumieren, ob sich nicht diese Menschen auch im Kern nicht eigentlich nach einer wirklich harmonischen und stabilen und dauerhaften Beziehung sehnen. Und ob sie nicht vielleicht so eine Art Restschmerz oder Verbitterung in sich haben, weil sie glauben, hey, ich selber bin 10 mal, 20 mal damit gescheitert. Sowas gibt es sowieso nicht. Jeder, der ein sicheres Bindungsmuster hat, wird euch bestätigen können, doch, das gibt es. Ich bestätige es euch auch, weil ich es leben darf inzwischen. Und damit auch ihr das leben könnt, meine Empfehlung oder meine Warnung, dass die Methode des Sich-Rahr-Machens, Begierden erzeugen, eben nicht dazu dient, diesen Zustand der stabilen Beziehung zu erzeugen, sondern das Problem aus allen in diesem Video genannten Gründen sogar verschlimmert. Ja, und das soll es auch gewesen sein mit diesem Video. Du findest auf diesem YouTube-Kanal übrigens noch viele, viele weitere Videos zu genau solchen Themen. Was kann ich tun, wenn ich immer wieder instabile, enttäuschende Beziehungen führe und wie komme ich dann tatsächlich doch mal zum Beziehungs-Nirvana, der vollständigen Ruhe und der Harmonie, nicht in Angst leben, nicht ständig aufgekratzt zu sein. Und vielleicht, oder auch insbesondere da findest du ganz, ganz viele Videos auf diesem Kanal, ist das auch möglich, wenn man sich selber aktuell als fast beziehungsunfähig bezeichnen würde. Das heißt, wenn man es vielleicht sogar gar nicht mehr schafft, Beziehungen oder gar Freundschaften aufzubauen und zu halten, denn selbst da haben viele Menschen Probleme in unserer modernen Zeit. Dann meine Empfehlung, abonniere diesen Kanal und rechts unten, mal zu meiner Rechten und zu deiner Linken hier im YouTube-Fenster, findest du gleich noch meine Playlist zum Thema Beziehungen. Schau da gerne mal rein. Und abschließend, wenn du mich und dieses ganze YouTube-Projekt unterstützen möchtest oder wenn du einfach sagst, hey, dieses Video, das hat mir jetzt weitergeholfen, hat mich zum Umdenken gebracht, dann kannst du von Herzen gern auch Kanalmitglied werden. Darüber freue ich mich wirklich. Einen Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Liebe Leute, ich wünsche euch viel Gelingen bei euren Beziehungen und haltet für immer die Ohren steif. Ich hoffe doch, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Tom. Wir sehen uns beim nächsten Mal.